Musik Willkommen auf der schönen Insel Borkum an der Nordsee. In unmittelbarer Nähe zum Südstrand und zur City befindet sich das Haus Dünenrose. In der oberen Etage mit Dachterrasse befindet sich die zauberhafte 5-Sterne-Wohnung Neptun. Hier können Sie einen Rundumblick genießen. Begleiten Sie uns durch diese zauberhafte Wohnung. Das erste Schlafzimmer ist mit einem großzügigen Doppelbett und einem geräumigen Kleiderschrank ausgestattet. An dieses Schlafzimmer schließt sich gleich das Bad an. Es ist modern gefließt und mit einer bodentiefen geräumigen Dusche ausgestattet. Zusätzlich gibt es in dieser Wohnung noch ein Gäste-WC. Folgen Sie uns nun in den großzügigen Wohn- und Essbereich mit dem Ausgang zur Dachterrasse. Die Wohnung ist technisch gut ausgestattet, somit weil es Lahnanschluss und 3D-Fernseher. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie in das zweite Schlafzimmer. Es ist ebenso mit einem Doppelbett ausgestattet. Diese großzügige Wohnung ist ideal auch für einen längeren Urlaub geeignet. In das zweite Schlafzimmer schließt sich unmittelbar das Bad an. Mit einer bodentiefen großen Dusche, modern gefließt. Im hinteren Wohnbereich befindet sich die Einbauküche. Sie ist mit allem ausgestattet. So gibt es hier einen Herd, Backofen, Spülmaschine und selbstverständlich auch eine Mikrowelle. Hier können Sie Ihren Urlaub ganz individuell und in Ruhe auf Borkum genießen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sind Sie neugierig geworden? Wann möchten Sie hier Ihren Urlaub genießen? Urlaub auf der schönen Nordseeinsel Borkum. Mit Fähre und Bahnen gelangen Sie unmittelbar zu Ihrem Ferienort. Wer einmal auf Borkum war, an der Nordsee, der möchte hier immer wieder gern zurückkehren. Ein wunderbarer Sandstrand empfängt Sie hier und für Ihre Lieblinge ist natürlich auch gesorgt. Einzigartig ist diese Dünenlandschaft. Wann möchten Sie hier in dieser traumhaften Wohnung Ihren Urlaub verbringen? Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!